Diesmal in der Disney Junior Wundertüte. Ein Hoch auf den großen Sebastian! Er ist knallrot, er ist die schlauste Krabbe im Königreich und er ist Ariels bester Freund. Los, zeigst ihn Sebastian! Zusammen erleben sie die tollsten Unterwasser-Abenteuer. Es gibt nichts, was ich nicht kann. Die Disney Junior Wundertüte mit Ariel und Sebastian. Samstag, ab 15.30 Uhr. Musik Musik Musik